Hallo, ich bin Eric Featureman, VMS-Experte bei Milestone. Ich möchte gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie mit der Smart Map von X-Protect nahtlos und ganz leicht zwischen verschiedenen Kameras navigieren können. Ein situatives Verständnis für eine Installation und die Fähigkeit zwischen Kameras an verschiedenen Standorten oder Gebäuden zu navigieren, sind für eine schnelle Reaktion entscheidend. Insbesondere bei grossen und geografisch verteilten Installationen. X-Protect Smart Map verhilft Anwendern zu einem visuellen Überblick über eine Installation, indem es relevante Kameras schnell ermittelt und die standortspezifische Information sofort und mühelos weiterleitet. X-Protect Smart Map basiert auf einem mehrschichtigen System. Das bedeutet, dass Anwender verschiedene Informationsebenen wie Kamerastandort, Richtung, Sichtfeldabdeckung, Standortlinks und benutzerdefinierte Daten wie Strassen- und Kameranamen ein- und ausschalten können. Smart Map unterstützt öffentliche Kartendienste wie Google, Bing und OpenStreetMap sowie georeferenzierte GIS-Karten und benutzerdefinierte CAD-Zeichnungen. Der Karte Kameras zuzuweisen ist mit der Drag-and-Drop-Funktion ganz leicht. Dank der Point-and-Click-Funktion lassen sich Kameras deren Richtung und Sichtabdeckung schnell einstellen. Nach der Konfiguration können Anwender von einer spezifischen Kamera oder einer Gruppe von Kameras unmittelbar auf den Live-Feed zugreifen, sofort die aufgezeichneten Videos abspielen und so eine schnelle Reaktion gewährleisten. In X-Protect integrierte Lösungen von Drittanbietern ermöglichen es, Alarme, Sensoren und andere Input-Output auf der Karte zu positionieren, um eine vollständige visuelle Übersicht zu erhalten. Zu Smart Map gehört der Support für Gebäude. Daher kann auch zwischen Kameras auf verschiedenen Etagen im gleichen Gebäude hin und her navigiert werden. Legen Sie ganz einfach den Gebäudeumriss und die Anzahl der Etagen fest. Laden Sie Grundrisse hoch, weisen Sie jeder Etage Kameras zu und gewährleisten Sie so eine reibungslose Verwaltung verschiedener Stufen. Smart Map wurde auch für eine effiziente Zusammenarbeit und den Informationsaustausch von Kontrollzentren entwickelt. Leiten Sie standortspezifische Informationen schnell und direkt an eine Smart Wall, die Videowandlösung von Milestone, weiter. Wie weit Ihre Installationen auch verteilt sein mögen. Mit Smart Map haben Sie die Sicherheit jederzeit im Griff. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Milestone-Vertreter vor Ort. Oder lesen Sie die vollständige Funktionsbeschreibung auf unserer Website.